Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Herren. Sie dürfen sich nicht wundern über diese ungewohnte Einleitungsmusik. Die Melodie ist Ihnen zwar vertraut. Der Rhythmus, der Ihnen hoffentlich gefiel, ist einer Beatband zu danken, die wir zu unserer Originalsendung aus Melle eingeladen haben. Es sind die Heartbeats aus Osnabrück. Melle feiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Melle feiert. Das waren die Funkbilder aus Niedersachsen, liebe Hörer, mit einer Originalsendung aus dem 800-jährigen Melle unter Mitarbeit von Anne-Marie Mertens, Hartmut Brinkmann, Gunter Hartung, Hans-Joachim Krabbes, Albert Strutmann, Egon Deutsch, Manfred Bergert und Wilfried Rietzel. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. und bitten um ein Wiederhören am Freitagmorgen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Und dann um ein Wiederhören am Freitagmorgen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Und dann um ein Wiederhören am Freitagmorgen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank.